Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Kanal-Info-Video von mir, BigMongoStyler. Ja, wie der Titel schon verrät, geht es um meinen Kanal. Und wie ihr vielleicht schon bemerkt und mitbekommen habt, habe ich in der letzten Zeit alle zwei Tage Folgen veröffentlicht. Meistens war das so, dass ich eine Folge von Garry's Mod und eine Folge von Nether, Castle Doctrine oder einem anderen Projekt zur gleichen Zeit veröffentlicht habe. Somit haben die Garry's Mod Fans von mir was zu sehen und die Fans der anderen Projekte. Das persönlich habe ich gemacht, um meine persönlichen Grenzen auszutesten, um zu sehen, wie viel muss ich produzieren, wie viel kann ich veröffentlichen, um das Ganze noch im Balancing zu halten mit meinem Privatleben. Ja, ich habe sowas auch. Ja, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, Leute. Wir haben Frühjahr und ich bin Saisonarbeiter. Bei mir geht die Saison erst im Sommer richtig los. Im Winter ist zwar auch Arbeit da, aber nicht so viel wie im Sommer. Da kann es auch mal gut heißen, dass ich auf Montage gehen muss. Das heißt, dass ich drei bis vier Wochen von zu Hause weg bin. Ja, und genau deswegen mache ich dieses Video, um euch zu informieren, dass ich in naher Zukunft nur noch zweimal die Woche Videos veröffentlichen werde. Natürlich werde ich das kurz vorm Wochenende machen, dass ihr was für das WE zum Schauen habt. Und mitten in der Woche werde ich dann auch nochmal Folgen veröffentlichen. Ich werde mir selber keine großen Ziele setzen. Ich let's playe aus Lust und Leidenschaft. Wenn ich keine Lust dazu habe, kann es auch keine gute Folge werden. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse wegen dieser, sage ich jetzt mal, Drosselung. Aber es geht nun mal leider nicht anders. Ja, und für mich und den Kanal heißt das jetzt, dass ich ein paar Folgen vorproduzieren werde, um mir einen sogenannten Puffer anzusammeln, um Zeiten wie eine dreiwäschige Montage easy überbrücken zu können. Aber falls dann mal zu viele Folgen in unserem Puffer sind, werdet ihr das auch zu spülen bekommen, denn dann werde ich an diesen zwei Tagen in der Woche mehr Folgen veröffentlichen als nur eine Folge von Gary's Motto und einem anderen Projekt. Dann haue ich gleich viel mehr Folgen raus und ihr habt somit mehr zu sehen und habt somit eine erfüllte Woche. Aber dennoch habe ich auch meine Pläne für euch und YouTube. Ich schaue fast täglich im Internet nach neuen Spielen, nach Indie-Spielen, nach Spielen, die mir Spaß machen, Spiele, die man let's playen kann und Spiele, die ich euch zeigen möchte. Zudem bin ich auch auf der Suche nach anderen Let's Playern. Ich versuche mir Gastauftritte bei anderen Let's Playern zu organisieren und ich versuche auch mal andere Let's Player zu uns in die Show zu holen. Ja und im Hintergrund zwischen meinem, neben meinem, hinter meinem Gelaber habt ihr jetzt meine ganzen Social Sites gesehen. Darunter war Steam, Twitch und Facebook und dieses Google Plus hier, das braucht ja eigentlich kein Mensch. Aber ich habe euch die Links zu diesen Social Sites unten in die Beschreibung hinzugefügt. Wenn ihr mir da folgen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Ich würde mich freuen und ich hoffe, ihr seid jetzt nicht traurig oder enttäuscht. Leider ist es mir momentan anders nicht möglich. Natürlich, ich kann jetzt leider nur zweimal die Woche Folgen veröffentlichen. Wenn ich natürlich die nächsten Tage oder Wochen im Lotto gewinne, Leute, dann bringe ich euch im Stundentakt Folgen raus. Aber anders geht es momentan leider nicht. Ich hoffe auf Besserung. Wenn sich was verändert, gibt es wieder mal ein Kanal-Update-Video. Und dann will ich jetzt eure Meinungen in den Kommentaren sehen, ob ihr damit klarkommt oder ob es zu wenig ist. Ich will es wissen. Also, euer BigMongoStyler bewertet Pose oder negativ, je nachdem wie ihr es gefunden habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye!